So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit einem neuen Video, denn heute geht es um Mafia 3, dem neuen DLC Offene Rechnungen. Und wie ihr seht, das ist hier vielleicht heute mal ein bisschen anders, auf jeden Fall vom Kamerabild, denn ich habe hier zum Test mal eine Panasonic GH4 und will mal gucken, wie die Bildqualität ist. Also das Ganze hier jetzt in 4K mit 30 Bildern. Und ja, auch mit ein bisschen Nachbearbeitung von den Farben muss ich mal gucken, wie sich das so verhält, ob das alles so gut passt. Und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit dem Video. Es geht um das neue DLC, das jetzt am 30. Mai rauskam und das Ganze kostet 15 Euro, ist für Xbox One, PS4 und PC, soweit ich weiß, erhältlich. Und es verschlägt uns diesmal auf eine Insel. Im Grunde spielen wir halt wieder Link und Clay und diesmal haben wir nicht, ich glaube, Rexy hieß sie aus dem letzten DLC an unserer Seite, sondern diesmal haben wir John Donovan von der CIA an unserer Seite und der hat gleich mal einen Auftrag für uns, denn es gibt jemanden, der übergelaufen ist, nämlich Aldridge. Und der hat sich auf eine, nachdem er in, ja, New Bordeaux ein bisschen Unruhe gestiftet hat, hat er sich abgesetzt auf eine verlassene, unbekannte Insel und nach ein paar Missionen müssen wir dort auch hin und das ist allerdings nicht so leicht, ihn aufzuhalten, denn der hat eine Söldenerarmee angeheuert und, ja, das ist erstmal schwierig, allerdings kriegen wir ein paar neue Waffen dazu, zum anderen kriegen wir auch eine Scharfschützenunterstützung dazu, allerdings ist diese Scharfschützenunterstützung, ich habe sie kein einziges Mal benutzen müssen. Dementsprechend, ja, ein paar neue Waffen, zum Beispiel auch eine Betäubungspistole, ein neues Maschinengewehr kriegen wir dazu, alles ganz nett, nichts Überwältigendes, diese Insel, wo wir neu hinkommen, sieht sehr, sehr geil aus, kann man nicht anders sagen, also das sieht richtig fancy und nice aus, allerdings kann man die später nicht mehr besichtigen, was so ein bisschen schade ist und so macht das alles eigentlich einen relativ soliden Eindruck, ist allerdings so gut wie nichts Neues und das ist so ein bisschen das Problem des Ganzen, weil wir haben die Missionen, ja, es sollen, ich glaube, sieben neue Missionen sein, allerdings ist das im Grunde, wenn wir auf die Insel kommen, nur noch eine einzige Mission am Stück, denn es ist sehr linear, man kann später nicht mehr auf diese Insel zurückreisen und es heißt einfach nur, geh dahin, tötet die Leute dahin, dann musst du das machen und dahin. Mehr ist es nicht, es bietet ein bisschen Abwechslung, was einmal im Dschungel ist und dann auch in, ich sage mal, Gebäuden, ich will nicht zu viel spoilern und es ist auch von der Thematik her relativ krass für die Zeit, ich will da aber auch nicht zu viel verraten und ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft von der Story und ja, Lincoln ist halt nicht so dieser Typ, der viel quatscht, sondern der eher Taten sprechen lässt und dementsprechend kann ich nur sagen, das macht alles sehr viel Spaß, mit drei Stunden seid ihr auch relativ gut durch, neben Missionen sind nicht Sniperaufträge, sondern Kopfgeldjägeraufträge, allerdings gibt es dann nur drei an der Zahl und da ist dann das Problem, dass man die extrem schnell durch hat, dafür sollte man auch dann diese Betäubungspistole benutzen und die Leute dann in den Kofferraum schmeißen und dann wegbringen, danach ist halt Schluss, nach drei Aufträgen ist halt nichts mehr da und da ist diese Marihuana-Plantage, dieser Anbau aus dem vorherigen DLC wesentlich, ja, langzeitmotivierender, das spiele ich jetzt aktuell immer noch, dass ich hier halt mein Gewächshaus auf volle Größe ausbauen kann und verbessern kann und hier irgendwie gibt es nichts großartig Neues. Ja, sonst muss ich mal kurz auf meinen Spickzettel gucken, die kriegen auf jeden Fall auch ein paar neue Autos dazu, ein paar neue Outfits, aber das war es so insgesamt und ich muss sagen, für 15 Euro ist das alles so ein bisschen teuer. Das letzte DLC hat wesentlich mehr Spaß gemacht, es hat mir von der Thematik her auch wesentlich besser gefallen, die Thematik ist jetzt hier nicht schlecht mit dieser Insel und was zu dieser damaligen Zeit von der Thematik her relativ krass war, so Vietnamkrieg und alles. Allerdings ist es insgesamt so ein bisschen, man kann nicht auf die Insel zurückreisen, ist ein bisschen schwierig. Finde ich schade, hätte mich mir wesentlich mehr gewünscht und ja, das war's, soweit dann. Ich kann das DLC euch zwar empfehlen, allerdings nur, wenn ihr ja den Season Pass habt und dann habt ihr es ja eh. Also wenn ihr den Season Pass noch nicht gekauft habt, kauft ihn euch, der kostet 30 Euro, dann bekommt ihr drei DLCs und noch einiges anderes neues Zeug dazu. Das funktioniert dadurch wirklich sehr, sehr gut, weil der Season Pass halt dadurch wesentlich günstiger, kommt ihr dann an DLCs ran, weil 15 Euro ist so ein bisschen teuer. Und man muss sagen, ein paar Sachen sind halt immer noch bei Mafia so ein bisschen schwierig, was Bugs angeht. Zum Beispiel bei Anna Donovan, wir sollten eine sozusagen Basis oder ein Haus infiltrieren und wir schleichen da rein und der Typ läuft einfach so komplett durch und dann denkt sich so, ja, ja, mich sieht ja keiner nach dem Motto. Und dann läuft so ein Typ an ihm vorbei und der checkt ihn nicht. Wenn ich irgendwo gesehen werde, sofort Alarm und alles, aber wenn er voll drin ist, kein Alarm. Also da ist doch ein bisschen KI-Probleme immer wieder mal. Und ja, sonst, was auch ganz cool ist mal, es gibt eine Mission in einem Kaufhaus. Das ist am Anfang, das sieht richtig nice aus und da haben sie wirklich viel Liebe zum Detail drin gehabt. Aber sonst, ja, bleibt das halt alles relativ langweilig auf der Insel. Ist so ein bisschen Uncharted-Style, kam es mir so ein bisschen vor. Weil es sah sehr aus, es gibt auch ein abgestutztes Flugzeug, Wrack und so. Das sah alles irgendwie ein bisschen nach Uncharted aus. Naja, wie gesagt, Season Pass ja, einzeln leider nein. Das war es soweit mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und schreibt doch mal auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr diese Qualität hier findet, weil ich überlege mir natürlich auch eine neue Kamera eventuell zuzulegen. und nicht die GH4, vielleicht das Nachfolgermodell, was dann auch 4K natürlich kann oder auch ein eventuell anderes Modell, das 4K kann. Dementsprechend, ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dieser Bildqualität haltet. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao!